Deutsche Memes, die... You looked, Axel. Let's go. Dieses Video soll jemanden verletzen und nicht zur Darstellung. Alles klar. Dass wir alle Maßnahmen, die bis zum 31. Januar befristet waren, bis zum 14. Februar verlängern müssen. Ich betäube meine Sehne, Sehne, kippe noch ein Jackie gegen mein Wille, Wille. Ich betäube meine Sehne, Sehne, kippe noch ein Jackie gegen mein Wille. Mein Wille, ich betäube meine Sehne. So, fangen wir erstmal mit den Grundlagen an. Deine Getreue daheim bei männlichem Geschlecht. Ich habe mit deiner Erzeugerin anal Geschlechtsverkehr verübt. Haltet den Namen meiner Mutter aus ihrem Mund. Sie kleiner Sohn eines Hundes. Fuck. Hör auf zu schreien, dein Vater schläft. Aber Mom, du bist die Einzige, die hier gerade schreit. Ich weiß die Lösung. Bitte nehmen Sie mich dran. Junge, dieser Geruch, du machst diese Verpackung auf, die scheinbar luftdicht ist und dann wird dieser, 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 dieser Geruch wird freigelassen. Dieser unheimliche Geruch wird freigelassen und ich habe gerade beinahe einen Orgasmus bekommen. Es tut mir leid, es ist einfach so. Er ist einfach perfekt portioniert. Ich habe keine Ehre. Rückzug! 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 Was wir sehen? Genau. Ist das dein Vater? Nee, das ist meine Mutter. Ist das ehrlich dein Vater? Nee, das ist mein Kollege. Warum fragst du? Wäre schon irgendwie geil. Hey, Bruder. Bruder. Boah. Ja. Boah. Ist das gut? Bruder, ich habe geträumt. Ich habe gekocht und das auf Instagram gestellt. Boah. Richtig am Raven. Bruder. Ach nee, du bist ja eine Frau. Wie nennt man denn Brüderin? Wie nennt man denn weiblichen Bruder? Schwester. Oh, Junge. Uff. Wie nennt man denn weiblichen Bruder, Alter? Junge. Feministen getriggert. Ich mache Schluss. Nein. Okay. Kevin, der zu Hause vergessen wird, an Kevin Zulein am Haus. Was? Was? An dem wir unsere Zukunft bestimmen können. Somit frage ich dich hier und jetzt, liebe Fiona, möchtest du mit mir wählen gehen? Was? Ich bin da. Ich bin da. Es ist doch gut. Es ist doch gut. Was hat denn was Fisch ab? Frag mir das! Er kriegt mich auf- Bruder, fragt mich. Frag mich, du meinst ganz genau, was der hat. Hallo und herzlich willkommen bei Art Attack, eurer großen Kunst- und Bastelshow. Wer kennt's noch? Art Attack, Wahnsinn, oder? Und sorry, ich weiß bis heute selber nicht, wo es den weißen Bastelkleber gibt. Ich hab's wieder reingemacht, Alter. Ich geb nur noch Geld für Essen aus und für Parfum, nur im Moment nicht, weil ich noch nicht in Miami bin. Und ansonsten dann hast du auch wieder Geld, weil ich mein, 1000 Euro pro Monat kriegt jeder von uns zusammen. Von mir aus gehen davor 650 Euro für Miete weg. Also 200 Euro im Monat wirst du ja auf jeden Fall haben. Und, ja gut, da musst du eben Essen für bezahlen. Sagen wir, 10 Euro pro Tag für Essen. Das wär dann, ja, das wären dann 300 Euro. Dann musst du eben, also wenn du nur 1000 Euro im Monat machst, dann würde ich dir empfehlen, mehr zu machen. Junge, nur wir spielen in einem Auto, mit einem Beamer, einfach Mario Kart, an irgendeinem Gebäude, auf irgendeinem Parkplatz. Aufstreife. Cheers. Give it this. Yeah. Ready? Yeah. Yeah. Here we go. Woohoo! Nein, immer noch zu hübsch. Es haut immer noch nicht hin. Ich mach es noch nicht fest genug. Warte mal eine Sekunde, ich muss groß. Weil, Fischdreck, nun bist du ja noch hübscher als vorher. Ja, einige Wörter, weiß ich halt einfach nicht, wie man sich streiten kann. Ich bin halt auch einfach, Digga, so lange aus der Schule raus und diese ganze Rechtschreibung scheiße. Juck mich nicht mehr in der heutigen Zeit, wo es Autokorrektur gibt und sowas, ne? Digga, wenn ich mein Wort nicht weiß, der Scheiß drauf, Autokorrektur regelt. Ich möchte Leichtathlet werden. Es gibt eben auch Menschen, die sich freuen, wenn sie die Polizei sehen. Oh, 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 oh. Kacke mal in die. Hm. Schimmel, 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 schimmel. Wie, du wärmst dich auf. Ich wärm mich nicht aber auf, damit ich gleich noch besser rippen kann. Komm, sei denn, wo bist du denn jetzt gerade? Ich bin hier, auf einem kleinen Spaziergang mit dem Fahrrad. Du schaffst das, Bro. Moneyboy! BIRK! BIRK! BIRK!